Moin Toads, Willkommen zu Super Mario Uni Maker. Ja, Willkommen Leute. Bevor Mario Maker 2 im Juni rauskommt, spielen wir heute ein Fan-Game. Z.B. ein Fan-Mauermaker. Mal gucken, was hier so abgeht. Ich habe ein paar Level rausgesucht und würde sagen, was geht's. So Leute, erstes Level. Uuuuh, es regnet. Wir sind im Dschungel. Ja, erster Eindruck, ganz geil vom Game. Mal gucken, was uns in diesem Level erwarten wird. Auf jeden Fall hat es einen netten Style, das Level. Ich weiß gar nicht, wie viele Styles es in diesem Mario Maker Fan-Game gibt. Keine Ahnung. Okay, das ist ein Gegner. Oh, das Wetter ändert sich ein bisschen oder es ist dunkel geworden. Eieieiei, die Pflanze ist ein bisschen gefährlich. Oh, er muss los. Okay, gut. Ähm, ob... Nix ist gut. Hilfe. Die Pflanze ist mein größter Gegner, Leute. Okay, gehen wir weiter. Das ist ein Goomba. Hallo, Goomba. Oder hat schon wieder so eine Pflanze? Oh, was ist los? Sehr gefährlich, Leute. Oh joo joo joo. Hahaha. Hier geht es auf jeden Fall ab. alles klar jo läuft optimal das beste an dem game ist jeder kann es spielen am pc es ist kostenlos und jeder kann level bauen und sie mir privat schicken ja es gibt es kein online modus wo man nach leveln suchen kann es gibt eine webseite wo ich zum beispiel dieses level er habe und ich habe noch viele weitere level für weitere videos also wenn es euch gefallen hat hier bis hierhin dann lasst gerne mal ein like da und dann gibt es weitere videos diesem game da kannst du springen dankeschön ohne optimal okay ich bin nämlich profi in 2d mario games ist ja ganz klar da ist die profi drin wisst ihr alle leute ja es rutschig aufpassen mario man rutscht hier ganz schön und das war eine röhrer was sind das für die viecher die kenne ich ist das aus mario wird oder von wo sind diese viecher ich weiß es nicht wie lange geht das level bitte gibt es hier ein checkpoint irgendwo würde ich mir zumindest wünschen und hat mir schon ein ich glaube nicht ne okay das ist auf jeden fall aus mario wird die dinos die kenne ich gibt mir doch ein checkpoint ja das ist natürlich ein bisschen belastend gab es schon checkpoint nein okay lauter wir sind wieder da und jetzt aufpassen profi die röhren sieht man hier fast gar nicht muss man zur verteidigung sagen okay haben wir es denn bald mal das ist ganz schön lang das level oh die blume alter hier ist ganz schön was los ja das ist hier optimal leute wir haben es geschafft wir sind die besten nette endmusik muss ich sagen gefällt mir jetzt wir haben es geschafft leute so leute zweites level alter die 3d world muss nicht das ist galaxy nicht 3d world ich keck das ist galaxy musik in den wolken oh wie schön das ist ja nice und die mario world gegner sind auch wieder da hi ob es auch mal galaxy gegner gibt ich glaube nicht ich glaube es gibt nur den einen style oder ich weiß es nicht auf jeden fall richtig geile musik hier am start das macht laune oh gott oh ich bin so skellig ich bin der beste oh die fax hallo ich kenne dich aus 3d world stirb oh ich bin so profi Fledermäu sind auch am start aber die bewegen sich ein bisschen komisch würde ich sagen okay die musik wurde ein bisschen leiser oh alter da kommt eine pflanze raus und da ist wieder so eine blume ey oh ne blume geh nach hause ja ich bin so ein profi leute ich bin so gut aber ohne witz das level ist auch geil kann man nicht abstreiten gefällt mir oh tanuki tanuki komm her tanuki okay uuuu tanuki mario leute ist am start optimal können wir damit auch fliegen auf jeden fall können wir mit unserem schwanz die koopas wegwedeln höhö aber fliegen können wir glaube ich doch können wir ja nice das ist ja geil und da ist ein check wie das ist hier das wird immer auf jeden fall kürzer aber hat mir auch gefallen und zum abschluss von diesem video gibt es noch ein castle level und mit nicer musik nice und neuen plattformen das sind pilze oder oder was ist das hier auf jeden fall richtig geiles setting gefällt mir ja gefällt mir auf jeden fall skills on point oh da muss ich aber gleich los ne ach du scheiße ok konzent hallo konzentration bitte so ganz ruhig alles wird gut mario yes da ist der pilz und dann gehen wir da hoch ich bin gespannt ob es auch einen bauserkampf hier am ende gibt es oder nicht ich denke mal ja kann man da was ist das was ist das wow was macht der typ wandsprünge gehen anscheinend auch und da ist ne eis blume kein wandsprung mario geht er hoch junge ok die gegner werden zu eisblöcken ok und ich kann sie sogar tragen und auf andere gegner bestimmt schleudern nice oh der ist ein bisschen fetter den kann ich nicht schleudern ok wow ich bin so profi leute ist da oben ein secret ja ein one up das ich nicht bekomme weil ich skilly bin ah hier kann man das level ein bisschen abkürzen anscheinend aber hier ist dann auch schluss ok so aufpassen nicht falsch springen aber hier kann man anscheinend achso ich sterbe hier gar nicht hier kann man springen ja moin das wusste ich ja gar nicht es ist also keine lava sondern irgendwas anderes aber ich habe keine ahnung was das da stehen soll kannst du bitte mario aufpassen alles wird gut bisschen gefährlich ist es schon also das kann ich nicht abstreiten oh ernsthaft so leute da bin ich wieder und hoffentlich überleben wir das ganze jetzt mal ein bisschen länger ei 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 ok bei uns sind wir ein paar dinos aber die jucken mich jetzt an dieser stelle mal gar nicht ok jetzt doch scheiße die können ja nach oben machen ich muss da weg ich muss ganz schnell weg oh geil ei das ist betrug ich wollte keinen wandsprung machen sondern springen ahhh ok Leute da bin ich wieder ich muss es geht das kann nicht wahr sein oh da bin ich wieder leute ok eisblume haben wir noch nicht jetzt aber ok jetzt aufpassen keinen scheiß keine wände berühren mario ganz wichtig äh steilblock ok dankeschön achso ich überlebe bei hier oder auch nicht ahhhhhhh das ist gar nicht so leicht jetzt müssen wir wieder aufpassen ich renne einfach mal ok ok das ist ziemlich gefährlich ahhh alles klar ok wir haben es wir sind weiter Leute gibt es hier irgendwo noch ein power up oder so nice der panzer ach man der macht immer so komische wandsprünge die ich nicht will das regt mich auf so Leute da bin ich wieder ich geh mal da hoch yes ist hier was ja da können wir weiter optimal wir gehen mal ganz sneaky oben lang und ignoren den ganzen scheiß unten warte profi trick ist am start und jetzt alles klar richtig fair auf jeden fall jo richtig fair und was jetzt ah ja was macht der typ ah hier ist das ziel nice es ist doch kein bowser kampf anscheinend ok und ein one up yeah Leute ich bin profi auch mit abkürzen aber da war auch in meinen augen vieles ein bisschen unfair und die wandsprünge in dem game mag ich nicht aber ja ja Leute das war's das heutige video wenn es euch gefallen hat lasst ein like da abonniert den kanal falls ihr neu seid und kein video in dieser reihe verpassen wollt und ja würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss ihr tschüss